Du bist dahinten weiter gefahren Müsst du noch ein Stück, ne? Bitte? Nichts gut Die Masten müssten wir besser hinhauen Ja, meine Masten stehen weiter auseinander als die auf der Wappen Insgesamt sehe ich ja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Masten Also so ein Event kann aber echt langweilig sein, ne? Ja, komm Es geht wirklich noch mal am Schluss herfern wir jetzt eine halbe Stunde lang Ja, Doro, du hast es doch immer drauf in dem Global Chat Es bleibt doch noch mal was heinten Die Piraten wollen wir nicht, oder was? Ich krieg Antworten, die ich noch selber gab Selber, es sind 250 Leute online und 50 davon sind alte Counts Oh Was? Ich muss eben Geduld haben Thomas Was? Schade, dass man jetzt noch mal kurz aufgross fallen kann Hm, noch ein bisschen Hammelsfall Hast du irgendwas dabei? Gold oder so? Ich? Ja Ich wollte mal eine Flasche Mandera Wein reinstellen Für denjenigen, der nicht körper Ja Haha Haha Ja Da prägt sie sich schon Für das Small Battle hat wir haben Bad Blood Da prägt sie sich in den Rand da Ja Wenn die Castries einnehmen wäre das zu prägt Ja Ja Das wär echt geil Später mal Was ist eine Flasche in Caroline? Caroline? Ich weiß nicht Dump noch Was bin ich hier da? Vielleicht wenn das Wetter besser wird, dann sehen wir die mitmalen und stehen daneben. Nebel weggehen und am Horizont auf einmal eine Flotte auftauchen, die aus Segel gesetzt hat. Der 1st Wave Port Battle Flotte. Ja, da können wir aber ordentlich Punkte machen. Ja, das stimmt. So 10 Minuten. Halten wir vielleicht durch. Warum, wenn du sie lang ziehst? Ganz viel schwierig. Du müsstest dann immer in der letzten Flotte hinterher fahren. Hallo Mann. Hinten rein. Wenn wir das letzte Schiff dann kaufen, mit dem größten, was machen Sie? Ich habe aber keinen Boarding-Equipel dabei. Dann müssen wir jedes bis auf 10 Kuchen unterschießen, dann schaffst du das, oder? Ja. Ich will jetzt nicht... Ich will jetzt nicht erschlossen sagen. Ich will jetzt nicht erschlossen sagen. Du bist du noch da? Ja, hallo. Alter. Ja. Ja. Der Skuppel, der war noch immer... Da gab es... Ich habe nie gehört, dass Leute über den Sudern oder so, oder? Wenn ich zurück bin, hat er... Jeder mag den nicht. Jeder hasst ihn. Ja. Ich habe gar keinen Global-Chat mit einem Stumpf halt. Ich bin so... Beschimpft und war sicher, ey. Nein. Ja. Ja, kaum wird es nicht über drei machen. Wenn er so in den Pest schaut zum Studium... Ich weiß ja nicht... Der so, ja, wieso? Er beschimpft mich aus... Spion und was weiß ich. Da habe ich gesagt, ja, du musst verstehen, ey. Wie bringt es ihn seit Jahren nicht, ey. Hat man schon immer gehabt. Bei einer Werkstatt und so... Oh, oh. No, I get it. Für a one of the Care Bears as well. I understand. Ich hab ja nicht alle, irgendwie kein Care Bear, ey. Alles scheißegal. Außer wenn ich fünfmal liegt, dann an die fallen werde. Dann ist es... So, und es ist ein Kreuz und Tank. Ja. Ich würde sagen, ich kann mir da mal hin, weil... Das sehen die da nicht, was... Nicht so lächelig. Die Weitsicht haben es recht beschrieben. Aber Battle is closed, Leute. Ja, ich steh. Ich hab grad... Kommerdreck vergessen. Das Ding ist schon rum, hier. Ja. 250 Proto-Register, Tom. Vielleicht kommt die noch ein Kanal. Die Finicht in einer Stunde. Das geht in einer Stunde und sechs Minuten. Ja. Der Ocean ist da. Da ist ne Ocean. Ja, da ist noch mehr dahinter, oder? Ne, ne, die ist rausgemacht von Battle. Das sind... Drei... Ein Grad... Egal. Das ist die... Das ist die... Das ist die... Das ist die... Egal. Egal was. Die Cerberus muss die Bellona decken. Ich glaub, da kommst du eher ran. Ihr darfst schon Sales down. Sales down, du Bellona. Ich nehm die Ocean jetzt, ne? Nein, ihr die... 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 Die hat keine Segel. Oh, ich seh jetzt vier Schiffe. Aber ist eigentlich alles egal. Wir brauchen ein Battle. Alles egal eigentlich. Du musst einfach nur ein Battle-Dream einsenken. Ich nehm die... Smoke. Wird so schlecht aus für uns. Aber... Noll. Incomalee haben sie noch. Was haben sie noch? Da haben wir ja doch nochmal Glück da jetzt. Was nehmen wir denn? Ja, ich würd sagen die Bellona. Ja. Wir fahren nicht weg. Ja, wir kämpfen. Wir fahren nicht weg. Problem ist... Ui, wie geht die Scheiße los? Wie machen wir denn das? Na, Segel. Und da schießen. Ach... Ich hab ja Tag. Ja, fahr aber ganz sicher. Ich hab ja gestimmt von innen. Ja, fahr aber ganz sicher. Ich hab ja gestimmt von innen. Ja. Die kann mir direkt in den Arsch ballen. Hä? Wo ist denn die auf? Warum steht die Bellona hinten an mir? Die standen voll neben mir. Wir stehen zu dritt auf einer Seite. Und die... Ja. Okay, also alles was wir machen... Wir nehmen erstmal das kleine Schiff weg. Links von uns. Die ist abgeschnitten. Ein Schiff ist hier... Den Papi da, ne? Papi da, ne? Ja, genau. Ich würd's noch sagen, ich würd's noch sagen, hier die Bellona. Schnell. Die Trinko, die hauen sie wieder ab, wenn wir sie untergeschossen haben. Doch, wird's länger dauert. Aber... Fokus müssen wir noch zu Bellona bauen gehen, oder? Die zwei fokussen wir auf jeden Fall nicht. Ja, das ist gleich. Wir müssen alle zum... Zum... Ja, ich... Wir müssen... Ja, muss zu uns kommen, weil... Wir scheiß... Ach ne, wir können zu ihm fahren. Ja, passt schon. Ich hab den besseren mit. Alle... Alle auf die Bellona. Gleich voll mit, äh... Balls. Immer Balls. Hast du auch in die Sieger schießen. Und das ist... Fariert alle an da an sich. Wir müssen einfach nur eingesegt mit. Wenn wir alle dabei drauf gehen. Werden wir auch. Wir hätten doch mit der E-Lotion haben sollen, ne? Ja, scheiße. Hast du hier mit so einer riesen Flotte gerechnet? Ja, das sind 3 Schiffe. Ja. Ja, das sind auch noch die Feuerkraft. Ja, das sind auch noch die Feuerkraft. Nein, das sind schon viele Paus. Denken, ne? Durchfahr. Ja, dann bohr er dann nicht mehr. Die Belona will dich abschneiden. Ja. Oh Mist. Ich denke, Sorge, du hast gerade auf mich geschossen. Machst du das? Ja. Ja, ich werde ihn erstmal die Segel wegrauen. Wir müssen erstmal der Großen die Segel wegrauen. Dass die zu langsam ist, um uns zu folgen. Und dann können wir die andere... Ja, die kleineren machen die auch schon und... Ja. Genau. Konzentrier dich. Lass uns ja mal. Das muss schon gut sein. Ja. Du weißt, was ich meine. Dass die uns nicht mehr folgen kann. Ja, macht sie das. Guck dir, wer ist... Guck dir, wer ist... Ja, sag nicht, die kleben mir jetzt am Arsch die ganze Zeit. Ja, ok. Ja. Ja, ok. Ja, aber ich versuche nach Explan zu gewinnen. Das ist richtig. Die Boarding auch? Beim PVP Event? Ja, aber es ist dann nur... Ja, was die Boarding sind. Wenn überhaupt nicht wieder neu zu gehen. Eigentlich ist es die Qualität nicht, aber dann doch. Also der muss gerade schauen. Aber ich fühle, das ist trotzdem ein Problem. Ich glaube, das ist nicht okay. Belona hat Buchstrieb verloren. Ach, die dreht mich in den Wind. Nein! Wehe! Die dreht mich voll in den Wind. Ja. Durchaus. Kein Scheiß, komm da raus. Gebe ich mich aber an die Reise. Okay. Ja, geht. Alles gut. Ich bin eigentlich eh nicht so schwerer. Besonders gut. Boah, 70 Uhr hab ich rausgeschossen mit der Liogen. Ah, jetzt weiter so. Oh. 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 Oh oh. Jetzt muss ich da erstmal wieder hinterher. So, haben wir die Segel um 10% gestürzt. Oh, ich komm nicht an die Belona. Das ist richtig nervig, ne? Ja, dann helft ihr mit, die der Ocean runterzubauen. Oder die Kleinen erstmal weg. Wenn die Kleinen weg sind, haben wir auch wenige Probleme mit den Großen. Belona ist schon das Wichtigste. Ich bin da alleine. Der Ocean, alles schießt doch nicht. Linko schießt doch nicht. Platze. Wenn wir da jetzt irgendwas anders machen, sind wir alle tot und nicht ein. Seid euch schlimm ein. Das ist schade. Ja, das ist richtig. Ich habe von Anfang an gesagt, was wir planen wären. Ich habe immer schon gesagt. Es ist egal, wer den Plan sagt. Ansonsten alle dran halten. Ja, aber irgendwie müssen wir die Le Ocean abschütteln, dass die uns nicht die ganze Zeit runterschießt. Weiß auf die Le Ocean. Ja. Ignoriert alle Schiffe und versenkt einen. Anders geht's nicht. Die bringen uns sowieso hin. Die bringen uns ja sowieso alle hin. Ja. Wieso denn das? Das ist der einzige von uns. Warum siehst denn du das so? Weil das so ist. Die Le Ocean kannst du nicht versenken. Du kannst jetzt nicht, bevor du die anderen zwei versenkt hast. Bis du die anderen zwei versenkt hast, ist die Hälfte im Mindest. Das ist die Belohner. Wie heißt dein Name? Ja, das ist die, die neben Kautogo fährt. Ich bin schon auf dem Ego. Boah. 2, 1, 5, 4, 3, 2. Ja. Smoke? Smoke. Okay. Da kann er reparieren auch noch. Da soll er vergessen. Wie ist es? Ja, wenn sie jetzt mal runterschießen, dann kann er reparieren. Dann müssen wir wieder runterschießen. Dann kommt das mit dem Regen. Dann müssen wir da so viel Zeit verscheißen. Immer schwierig. Ja. So. Können wir später fahren. Hunde oder so. Aber die Belohner kann nicht da fahren. Die da ran fahren. Ja. Ding. Belohner ganz klar ist zu. Fährt auch schön weg da. Die lässt sich da. Ich glaube, ich sollte das nicht früher reparieren müssen. Ich bin hier rüber, Klecks. Hoffentlich. Enke Socker, pass auf. Ja, ich weiß. Aber was soll ich machen? Ich habe jetzt den Rücken wiederum. Ich komme an die Belohner nicht ran. Ja. Die separiert dich. Lässt sich nicht. Wenn ich es rummach dann. Ich bleib. Und die Oschel zerballert mich hier. Ich bin hier. Ja. Und der nächste oder andere. Lässt sich nicht ganz nah an. Ich bin hier. Ich bin hier. Bleibt ja noch vor und jetzt ist Ende mit sich. Am besten ist, wenn du zu... Warte einfach weiter, weil die Entdicken mache ich jetzt mit dem Säbel noch ein bisschen und dann... Rogo, wenn du zu auf bist, dann wechsle ich auf deine Seite, dann versuche ich auf die schlechte Seite zu kommen. Weil dann kriegen wir die Pellone auf jeden Fall down. Ich kann doch nicht langsamer als Bewohner sein. Ich brenne. Erstmal Fire-Chip neben der Ocean machen. Das wär's warmer. Ja, jetzt hab ich mal ne Pfüten schwer von mir. Wollte ich eigentlich nicht. Lass dich nicht boarden. Mit Sicherheit ne Boarding-Pellone. Boah, das schafft er nicht. Kann mich nicht auf den Hügel schützen. Nämlich, dass ich grad so viel Lat-Gem-Rückkehr hab. Ja, weil du vorne auf hast. Ja. Ja und... Wenn mein Plan jetzt aufgeht, dann... ...drück ich euch jetzt in den Wind rein, ja? Euch beide. Hab ich gerade inszeniert, gell? Ja, ja, ja. Ich fahr jetzt vorbei bei ihm und du kriegst den Beutselplatz. Nee, du bist zu langsam. Ich überhole dich. Ich muss ja auch mal Setteln. Abschiebchen. Ah, schickt's. Am besten, du lässt dich zurückfallen. Fertig, ne, genau. Mach mal so. Ich wollte da jetzt nochmal eingehen. Ja. 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 Ja, ja. Dann hau ich die nächste Server drauf. Ich hab genug Kanonen, um die wieder runterzuhauen. Ja, gut. Ich bin da bitte so zu dir rüber. Nee, fahr mal weg da, Probo. Achso. Ich kann... Oder? Warte, ich zentriere mal meine Breitseite. So vielleicht. Hat's was gebracht? Ja, ja. Die ist noch dran. Ah, jetzt mach ich noch mal auf. Ah, okay. Warte mal, ich muss auch nochmal drauf schießen, oder? Ja, ja. Weg ist einmal. Die repariert sowieso nochmal. Ja. Die hat eh noch kein Repacket benutzt. Hinten ist die auf, ne? Ja. Ja. Sehr gut. Dann fahren wir jetzt diesen Kurs weiter und versenken die. Genau. Perfekt. Wo ist die Lotion? Die gammelt da hinten rum, ist auch perfekt. Als nächstes... Ja, was ist das Target danach? Ja. Ja, die Trinko wahrscheinlich, weil die Lotion kann man nicht weg. Problem ist, ich muss jetzt da weg, weil ich den echt ziehe. Ja. Fahr mal, fahr mal irgendwie. Komm ganz los. Als nächstes. Lass dich zurückfallen und dann dreh nach rechts, dann zorgst du ja die gute Seite. Ja. Ja. Die repariert gerade sehr, gell? Die Relotion. Aber vielleicht zurück dann auf der linken Seite, gell? Ich auf der linken? Ja. Ja, natürlich nicht. Dann repariert er wieder. Die schießt, die repariert gleich und dann... Ja, ok. Dann wird er wieder voll auf der rechten Seite. Dann muss das wieder aufschießen. Hoffen wir mal, die haben keine Expert Carpenter. Aber die Friget würde mich kaufen. Perfekt. Friget? Wo? Was? Die Trinko. Ja, die Trinko. Ne, ne. Ich komm. Acht Knoten. Passt. Das ist ein Stückchen. Ah, das ist ein Stückchen. Das ist ein Stückchen. Nein, nicht. Das ist ein Stückchen. Nein. Ja, da haben wir nicht gegen den Wind drinnen. Ich bräuchte den Wind einmal. Ich habe gleich auch mal 49 Mann rausgeholt da. Linke Soko, wo bist denn du jetzt? Ich bin ganz vorne. Ah, die dreht auf die gute Seite. Ah, ich bin auch schon gut angehittet, ja. Das fehlt auf die Lodge noch. Ach, die darf jetzt nicht. Das darf jetzt nicht wahr sein. Was? Ja, ich glaube nicht so ganz, ob ich da hinterherkomme. Noch nicht, aber... Ich bin schneller. Ja, aber sie hat halt auch wieder 100% Sales, weil sie hat gepehrt. Ja. Also ich werde auch sinken, aber wenn ich... Ich werde vielleicht auch sinken. Meine linke Seite ist fast weg. Jetzt brennt sie noch, sehr gut. Hoffentlich versenken wir die jetzt noch vor der Explosion. Aber jetzt kannst du, glaube ich, schießt immer noch, oder? Ich bleib auf 7,5 Knoten, aber ich komme nicht weg hier. Ich komme nicht, ich komme nicht auf den Weg zu dir. Aber ich werde auch gerade gut angehittet. Ja, Lotion habt ihr auch mit der Sink gemacht, oder? Ja, das weiß ich schon. Was müsst ihr haben? Change oder... Kannst du jetzt noch aufschießen? Ja, die ist ja auf. Die ist ja auf. Die gepehrt halt noch. Ach so. Das ist ja wieder. Ja, ich rette die an Carpenter-Teams oder so. Ja, anscheinend. Ich glaube, ich habe auch welche als Perk mit ausgewählt. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja, die macht Fireship. Die macht Fireship. Ja. Scheiße. Ich fahre, die hat eine volle Zirkung, oder? Das ist ja verdammt viel. Ach, du Kacke. Ich komme hier nicht weg. Aber... ...das noch wegschießt, das bist du im Koss... Ach, nööööööööööööööööö. Das ist ja noch nicht ganz. Noch schneller. Jetzt hoffen wir darauf hin. und wir versenken jetzt zu zweit das ding ja das ding reißt mir die ganze kuh vom schiff locker ist auf jeden fall weg ich drehe um kann er nicht mehr kann nicht mehr lenken wenn der fire schock hat ja vor allem ich kann gar nichts mehr machen wenn er zu singt auch wenn er schockt drogo du fährst ja viel zu nah dran du sagst das so war für dinkt genau ich was du siegst Kannst du mich entfernen? Ne, habe ich schon. Ach du Schweiße. Ah ne, liegen kannst du auch nicht. Ne, ist egal. Lass uns einfach schnurstrack zur Trinkung kommen. Ich fahr an meiner linken Seite, kann er mich wieder erwischen. Sehe ich die Beine. Ne, ich bin auch links auf. Ach so. Ich bin links noch gut. So, dann müssen wir das Ding ins Seiten tauschen. So, dass du neben mir einfach fährst oder so. Ja, oder du deckst meine Seite. Ja genau. Ich meine, ich schaff's wahrscheinlich immer davor, so dass du noch helfen kannst. Vielleicht geht's die Trinko noch. Wir müssen ja nur noch die Trinko kriegen, ne? Hat jeder einen Assist bekommen? Ne, wir haben keinen davon. Ja, darum müssen die Trinko. Deshalb müssen wir die Trinko noch. Okay. Kannst du auf die Sales von der Ocean schießen? Ja, stimmt. Jetzt fährt er aber jetzt nicht dran, weil er sich bewegt. Ja, kann man rausnehmen. Ich mach alles auf Chains. Alles. Wenn ich sich sinker jetzt, werde ich so langsam. Dann schaff's nicht runtergehen. Ich lass den Versuch nochmal. Ich kann den in dem Fall geholen. Er ist schnell, dass wir mit links vorbei kommen. Sorry, ich hab mich hier versteuert. Jetzt dreht er auf mich. 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 Ja. Ja. Das ist schon gut, dass ich noch keine Kappe, äh, reingemacht hab. Tut noch so easy. Dann schaff's nicht weg. Ich hab ihn doch nicht weg. Ich hab ihn doch nicht weg. Wir schauen gerade mal mit der Trinko. Gibt's hier noch... Wie viel hat denn die noch? Ja, öfter. Und äh. Wie geht's nem links, nen linke Sackchen mit dem Servus? Ja, so halten, halten. Halb am Leben bin ich noch. Ich hab die leider versteuert. Ja, aber der Text kommt jetzt noch mal ran. Und die Trinkflug vielleicht geht sowas noch. Den Code zu versenken ist kein Problem mehr, die ist ja nun schon... Ja, was ist der? Kann ich auch noch vertreiben oder nicht? Mach mir mehr Sorgen um die Ocean, dass sie mich drin behält. Ja, du hast ja nur noch eine Führer und keine Absätze drauf, oder? Nee, das... wenn nicht so schlimm, wenn ich denke. Ja, dann geht das. In general, das geht doch nicht. Bleibt so lang, wie sie sind, mir scheißegal. Jede Preiz, die sich noch anbringen für euch, dass jeder nach der 7. 2. Ja, wenn es geht, die Ocean noch mal die Segel runternehmen, dann sind wir eh schneller wie die. Ja, die Trinko muss aber weg. Ja, die Trinko müssen wir jetzt versenken, wir sind ja auch dran. Ja, aber die ist halt auch versenken. Na, wie? Die kann nicht mehr abbauen. Ja, können wir halt. Wenn sie dann ganz oben ist. Ich spiele jetzt erstmal Kugelfänger für die Ocean. Ja, der will zum Tropfen dahin, ne? Der will zur Pianca. Ja, klar. Hat die Trinko schon repairt? Ja. Ne, die hat glaube ich noch nicht repairt, aber genau weiß ich es nicht. Aber die hat auch kaum noch Kanonen drauf. Mhm. Ich war einfach nochmal an der Dings vorbei mit meiner normalen Reise linken Seite, aber... Hast du schon, du kannst dich bei der Cerberus Repair Sales machen, gell? Dann kriegst du den U-Spray wieder ran. Naja, das hab ich schon, ich hab schon repairt. Hast du. Ja, ich bin die Cerberus, die grün, die schaut so anders aus als die Autos. Die rüber und sie wird so breit und ganz anders. Ja, die Trinko will sich jetzt hinter der Ocean verstecken. Mhm. Ja, die Cerberus sind einfach hinterher fahren, die ist sehr schnell. Ich fahr auch hinterher. Ich fahr auch hinterher. Ich stets voll gegen mich, Leute. Die Ocean übrigens. Die Ocean bis innen auf die Cerberus schießen, höre ich. Ah, da steht der Windkarte, ja. Jetzt schießt sie da. Ja, mit Cerberus. Das ist und auch bleiben so. Also die Dings kann sich schon mal nicht auslocken. Mal in der Zirkel gefeuert. Ah, die Trinko wird gepairt. Das ist sehr gut. Bist du noch im Battle? Ja. Sehr gut. Du musst doch, glaub ich, unbedingt drinnen bleiben. Wieso? Glaub ich, dass du die Kills kriegst zu ihm, wie war das? Du musst diesen, äh, Battlescreen sehen. Und dann. Du hast einen verkaufst. Dann machst du deine ganzen First-Reds für eine Million. Ja, ich wollte, dass du die AfD jetzt wieder rutschst. Das ist jetzt so jetzt. Welche bisschen Geld. Soll ich jetzt hier liegen, oder was soll ich hier machen? Nein, nein, nein. Nee, schieß einfach auf die Balls-Reds, auf die... Ach so, Blödsinn. Ich, ich bin ja am Absaufen jetzt. Ja, dann schieß noch auf die Niko, mal hier auf die Gern. Okay. Du kannst, dass du noch Punkte kriegst, wenn du die dann gesenkt. Jawohl. Ich konnte nicht mehr, das war... Nee, das hat mich hier beschutzt hier. Jawohl. So, ich schau mir jetzt an. Feuer! Ja! Der? Boom. Okay. Pappenverknehmens. Wie fährt auch mehr auf den Sailons, oder? Also der Perk? Nee, 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 nee. Nee, doch. Oder? Weiß nicht. So, ich mach jetzt erstmal die Dings wieder runter, weil die ist mir zu schnell. Trinko, oder was? Nee, die... Die Auschen? Ja. Ich geh zu oft an meine Räume. Nee, ich hör das nicht, ich hör das nicht. Ich will auch nicht die Auschen. Die Trinko bleibt bei der Auschen nämlich. Egal, wie schnell die ist. Ja. Lass lieber die Trinko schnell runter machen und dann verschwinden wir da. Also, nehm ich jetzt mal Doppel-Doppel-Charge. Richtig. Dann ziehen wir mal auf für beide Seiten. Trinko, oder? Trinko, oder? Verkauft einfach sein ganzes Equipment alles was er hat verkauft, ja. 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 Ich habe eine sehr Salty Pirate hier. Die guy versucht mich zu ganken, aus der KPR in meinem Buchantor. Er war in der Pirate Frigate, so er war auf dem Stern ränken mich. Ich wollte mich auf die Stern ränken. Ich wollte mich auf die Carlisle und den Forts öffnen, als ich umgekehrt bin. Wir haben ein paar Pirates in den FNP-Event. In der Laoschen, Pellona und Trinko-Mole. Pellona ist dead. Trinko-Mole, wir sollten auch die Trinko-Mole haben. Aber sie haben auch...